Herzlich Willkommen, Tetris, Fappgalerie, grossartige Gruppenausstellung, Almira, Natascha, Claire, die Kinder dran, die Kunst, was ist hier passiert? Ein schönes Treffen, das ist für uns drei. Eigentlich haben wir zusammen studiert, in der gleichen Schule, und wir hatten alle zusammen den gleichen Parcours. Irgendwie treffen wir uns jetzt hier, auf die andere Seite der Schweiz in Basel, und wir machen endlich eine Ausstellung zusammen. Und das ist etwas sehr Schönes, weil es plötzlich Zeit braucht, aber dann plötzlich haben wir uns getroffen, und es sind unglaubliche Sachen rausgekommen. Es war wirklich eine schöne Kollaboration. Und es gibt sicher noch weiter. Wie möchte ich noch dazu sagen? Ja, vielleicht in Englisch. Ja, natürlich. Das war wirklich eine gute Erfahrung, sehr einfach, zu arbeiten zusammen, obwohl ich vorher nicht die Almira wusste, also haben wir uns für diese Exhibition. Oh, das ist für mich. Also, wir kennen uns für diese Exhibition. Ja. 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 Es war wirklich interessant, wie es passiert ist. Ich habe mit Natascha gesprochen, und ich habe gesagt, ich habe gedacht, ich habe jemanden, die wirklich gut funktioniert, und es gibt so viele unterschiedlichkeiten, mit deinem Arbeit, mit meinem Arbeit. und es ist wirklich interessant, wie die gleichen Dinge kommen. Und ich habe gesagt, es ist Almira Medarik. Und ich habe gesagt, es ist Almira Medarik. ich habe sie studiert in der Schule, ich bin sicher, ich habe die E-Mail. Und wir waren auf der Telefon, und ich habe gesagt, das ist genau, ich war genau über diese Person. Ich wusste die Arbeit, aber ich wusste nicht die Person. Und ich war einfach über diese Arbeit, und sie hat gesagt, Almira Medarik. Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist die gleiche Person. Das ist perfekt. Wir waren auf der Telefon, und ich habe gesagt, das ist so crazy. Okay. Und sie hat gesagt, oh, ich sehe sie heute Abend. Ja, ja, ja. Und du hast ihre Arbeit bekommen. Ja, ja. Also von der, von, 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 ich habe gesehen, dass sie jetzt hat. Es war genau das Gleiche. Ich habe ihre Arbeit gehabt, in der E-KL und so, aber wir haben uns nicht so begegnet, so zwischen mir als das. Nein, ich finde auch deine Arbeit. Und dann ist sie im Master gekommen, und dann haben wir wirklich angekommen, und so, es war sehr interessant. Dann plötzlich so, ja, genau, und was man machen kann. Und so weiter. Und dann ist so alles dann plötzlich so zusammengekommen, dann in Basel. Kommt schon, das ist super. Das ist wirklich cool. Das ist super. Ja, und dann haben wir die Arbeit, wir haben angefangen, weil wir wohnen, also ich bin die Einzige, die in Basel wohnt. woher sind? Elmira ist in Frauenfeld jetzt, und Natascha ist noch bei Morsch, so danach. Und dann haben wir immer so zusammen angefangen, einfach über Skype, Sachen zu beschreiben, und was wir für Ideen haben, und alles ist einfach sehr natürlich, einfach zusammengekommen. Und eine, die Idee war, genau, wir wollten die Dialog eigentlich zu dritt aufbauen, weil wenn du nur zwei Personen hast, dann macht es immer so hin und her und so, und mit einer dritten Person, dann hast du noch eine andere Ebene dazu. Und es bringt wirklich plötzlich so eine Kommunikation, und ich glaube, jede hat die Arbeit der Anderen irgendwie in eine Art beeinflusst. Es hat wirklich etwas, es hat so eine wunderschöne Mischung, wo, genau, eine hat etwas anderes provoziert, und so weiter. Und habt ihr während der Vorbereitungszeit, habt ihr schon gesehen, was die Anderen macht, also ab welchem Stadium der Vorbereitungszeit, habt ihr gesehen, oder hast du gesagt, ich mache diese Wandarbeit, hast du gesagt, du bringst deine Superhelden mit, war das schon ganz am Anfang, weil die Superhelden, die waren ja schon vorher da, aber dieser nicht, der ist jetzt speziell die Ausstellung, aber so. Ja, eigentlich nicht, also als wir begonnen zu sprechen haben, hatte ich keins davon gemacht, und einfach darüber gesprochen, ich wusste auch, so, viel Science Fiction Filme schaut, und so. Und ich dachte, ey, das wäre cool, wenn ich das mache, und das ausstellen könnte, und so. Und, ja, wir haben einfach die ganze Zeit, den ganzen Prozess zusammen gesprochen, immer Bilder geschickt, und so. Ja, und wir wirklich wollten, zu machen, eine Exhibition zusammen. So, in der Beginn, wir gedacht haben, dieses, wall, painting. Drawing, ja. Ja, Drawing, und zu tun, 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 und zu tun. und zu tun, und zu tun, und zu tun. Und wir haben nicht eine Artige, die zusammengebracht, aber wir können zusammenfangen, und es funktioniert. Und es funktioniert. Ja, und alle Artige, wie die Artige, wie die Artige, ich denke. Das ist sehr lustig. Das war wirklich interessant, bei der Einzelnen, wenn wir, die Leute, die wir bereits wussten, und die wir wussten, die wir wussten, die wir wussten, die wir wussten, sie sagten, das ist so funny, so viele Dinge, die wirklich zusammenfangen, und sie sagten, sie sagten, das ist sie, oder sie sagten nicht, das ist sie, ich sahne, das ist also so interessant, die wir wissen, auch die Leute haben, dich sagen, sie sagten, sie sagten, und sie sagten. Aber es war ganz schnell, es war wirklich klar, was we wanted to or I we like also because I knew she did concrete works also and then I'll show something concrete work also and know that each other said I'm interested in this one also put this also in and it's good mix quite early it's quite clear in Saltex liest man auch eben dass ihr habt sehr ähnliche Helden Vorbilder und auch die Science Fiction ist etwas was euch alle interessiert aber von wo es kommt man hat sich keine Ahnung eine schöne Welt die man sich vorstellt ja oder ich glaube es ist einfach es ist es ist oft auch die Dekor ist auch oft sehr vereinfacht und oft ein bisschen geometrisch und es gibt vielleicht etwas und oft ist auch die Architektur sehr präsent but you talked about the topic I didn't know what to answer because I don't really think about this problem in my work is it a problem no no they did this 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 word yeah subject but I don't think it's very important in my work yeah I don't know how to say but I don't think about this political questions or big references and my work is really formal so I like to work with geometry and it has those links that I'm not I don't do it on purpose it's here but I don't want to make it in front of it you know yeah yeah so it was quite hard to answer your question three weeks so yeah but yeah it's really it's a difficult question but I think you have something anyways of that yeah I don't want to put it in front you know yeah it's my no you don't say it like it's my personal utopie but it's not political how do you say a statement statement but you have to have to I think you have to have to agree because they're in terms of the process in this work you have to be in terms of the idea of nature the work you do that you have to have to do it it's a big contrast because there is nature homework but also I work on bunkers so it's a bit Aber es ist auch aggressiv, weil Bunker sind sehr aggressiv in der Landschaft. Sie haben dieses Massive Element und ich denke, es geht in diese Idee, dass man immer diese Idee mit Natur, die Idee von Handmade und diese Linie zwischen den Elementen, dass man das Wort benutzt, aber man hat dieses Geometrical Element in es, dass man sehr genauer macht. Aber es gibt immer dieses In-Between-Moment, wo es etwas Natural ist, aber auch wie es Technisch ist. Aber ich möchte nicht die Funktion der Bunker benutzen. Ich möchte die Formal-Präsidenten. Also, Sie sind nicht interessiert in shelter und protection. Es ist eher über die Objekte. Ja, die Objekte, ja. Und die Mix in die Natur und Landschaft. Ja. Und die Materialien, also. Ich mag die Konkrete. Ja, das ist lustig. Wir sprachen mehr über die Tempel. Ja. Mit Ihrer piece. Ja. Ja. Das kam zu meinem, auch. Die Tempel. Ja. Die ersten Konkrete waren eher wie Bunkers. Ja. Die ersten Konkrete, die sind eher wie Bunkers. Und die sind noch mehr Tempel. Die sind unten auf der Bunkers. Das ist einfach nur noch ein bisschen mehr Tempel. Ja. Die sind da auf der Bunker. Das ist einfach nur an der Bunkers. Ja. 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 Und denkt ihr, ihr werdet weiter in dieser Konzentration arbeiten? Wird es mehr Kollaboration geben, oder ist es zu früh zu sagen? Ja. Ich denke, es wäre eine gute Idee, die Exhibition zu移ern. Vielleicht eine in Frauenfeld und eine andere in Marsch. Ja. Und wir sahen, dass wenn man einen Triangle mit den Plänen, wo wir leben, dann kann man über Zürich und Bern gehen. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. 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 Das war für mich sehr spürbar. Eine grosse Ernsthaftigkeit und gleichzeitig eine grosse Freude an der Arbeit selbst. Aber die Umsetzung ist, denke ich, geträgt von einer so sehr grossen Ernsthaftigkeit. Ich finde es eine schöne Mischung, euch zuzusehen und auch das Ergebnis dann. Ja, man spürt es wirklich im Grunde, dass es irgendwie so funktioniert. Ich glaube, für uns alle drei ist es wirklich so ein Spiel mit Formen. Also, vielleicht auch da hatten wir die Idee mit dem Titel. Und auch mit der Arbeit von anderen. Weil man kennt es und gleichzeitig ist es nicht seine Arbeit. Und ein bisschen mit das ausspielen, weisst du, wie mit meinem Klebeband. Und die Arbeiten, ich habe es so bestimmt, es ist jetzt diesen Raum und sie müssen draufhängen, aber gleichzeitig ist es wie ein Spiel wie, was ist die Grenze dann zwischen unseren Arbeiten oder gibt es eine oder nicht. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das so leicht war. Ihr habt es als Qualität beschrieben, zu dritt zu sein. Und ich habe gedacht, drei ist eine gefährliche Zahl. Weil es sind dann immer zwei und eine. Und ich finde es aber gut, dass ihr diesen Störfaktor quasi als Qualität definiert. Dass jemand dann immer kommt und sich geht. Es ist irgendwie so ein anderer Aussichtspunkt. Und wenn du oft dann plötzlich Probleme hast, irgendwie findest du keine Lösung. Und dann kommt jemand und heißt, hey, nein, machen wir das so. Oder ich bringe das. Und ich finde es sehr, sehr toll. Und es macht es immer so, dann weiter geht es immer weiter. Es gibt immer einer, die kann es einfach überprüfen und dann ist man einfach alle einverstanden. Genau. Und wenn du musst abstimmen, ist es immer gut, weil es dann überprüft. Sonst ist ja, nein und dann ist es immer gut für Entscheidungen. Aber es ist ja ziemlich schnell gegangen. Also es war einfach, also nicht so mega schnell, aber einfach. Und dann hat man trotzdem ein bisschen die gleiche Idee. Wie sie fünft. Ja. Mehr als für mich. Ja, aber alle sind von ihren anderen gespielt mit dem Hau. Ja, genau. Es war schön so Vertrauen auch. Genau, weil die Arbeiten sind so nah und wirklich vertraust, deine Arbeit wäre toll da. Oder du solltest das mit das kombinieren. Und es ist wirklich, also es ist wirklich schön. Wir haben wirklich unsere Arbeit einfach so gegeben und ein bisschen mitgespielt. Ja, das habe ich auch festgestellt, sodass die einander sehr viel vertraut. Und ja, eure Arbeit sich überschneiden. Aber ihr nicht Angst habt, dass euch etwas weggenommen wird. Sondern alle machen sich eigentlich stärker. Genau. Super. Schön. Merci vielmals. Merci. Danke dir. Ja, wir sehen uns morgen. Tschüss. 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 Adéterne. Guatsboak. Wir sehen uns morgen. Einen. Vielen Dank.